Bekomme ich, wenn ich die Regelaltersgrenze erreicht habe, dann meine volle Rente ohne Abzug, wenn ich zuvor eine Altersrente mit Abzug erhalten habe? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Wir haben eine Anfrage erhalten von einer Dame, die wollte wissen, ob ihr Mann, der seine Regelaltersgrenze erreichen wird in Kürze oder vielleicht schon erreicht hat, dann die volle Rente bekommt ohne Abzüge. Er hatte zuvor eine Altersrente mit 60 Jahren bekommen. Ich vermute, das war eine Altersrente wegen Altersteilzeit oder Arbeitslosigkeit und hat da eben mit 60 Jahren den Rentenbeginn gehabt und wahrscheinlich einen sehr, sehr hohen Abschlag gehabt. Und jetzt möchte die Dame wissen, ob ihr Mann, wenn er die Regelaltersgrenze erreicht hat, dann die volle Regelaltersrente bekommt ohne Abzug. Nein! Und zwar aus folgenden Grund. Grundsätzlich ist ein Wechsel einer bestehenden Altersrente nicht mehr möglich. Also der Wechsel von einer bestehenden Altersrente in eine andere Altersrente ist nach § 34 Absatz 4 SGB VI nicht mehr möglich. Es verbleibt bei den einmal festgestellten Entgeltpunkten aus der ursprünglich festgestellten Altersrente. Und Sie bekommen ja, wenn Sie Ihre Regelaltersgrenze erreicht haben, keinen neuen Rentenbescheid, wo drin steht, jetzt bekommen Sie die Regelaltersrente. Nein! Es verbleibt so wie es ist. Die Deutsche Rentenversicherung schickt Ihnen keinen neuen Bescheid zu. Grundsätzlich in solchen Fällen keine abschlagsfreie Altersrente nach einer vorherigen abschlagsbehafteten Altersrente. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel Ich wünsche Ihnen einen neuen Bescheid. Vielen Dank für's Zuschauen! Vielen Dank.